Was man als Hauswirt alles auszählen muss, bis man mal 50 die Miete reinkriegt, das ist schon nicht mehr schön. Da äußern sich die Leute immer, wenn normale Fenster kaputt ist, allemal sollst man Hauswirt bezahlen. So ist aber meine Geduld zu Ende, so werde ich mal die Miete eins rein, wo ich jetzt bloß fertig bringen kann. Da ist zum Beispiel die Frau Bussel oben, drei Treppen, die hat auch ewig nicht bezahlt, aber die wird doch gleich mal besuchen. Na nun, der Hause ist es, der hat doch Lichtmang dem Fenster, da werde ich mal klingeln. Na, wer ist denn da? Na, ich bin der Hauswirt Klauke. Na, was wollen Sie denn? Na, ich wollte mal bloß fragen, wie es eigentlich, welchen die Miete ist. Sie wissen doch, jetzt sind sie mir die Miete nun schon drei Monate schuldig. Ach, Sie haben wohl nicht Platz. Für Ihre olle Bude, wo eben die Schwaben auf dem Tisch herumlaufen, wollen Sie auch noch Miete? Nee, wenn ich Miete bezahlen will, dann kann ich auch woanders wohnen. Na, wissen Sie, Frau Busse, wenn Sie keine Miete nicht bezahlen wollen, dann müssen Sie einfach mit mir in der Hausflur wohnen. Aber was wollen wir uns denn hier ewig auf dem Korridor rumschreifen? Nur machen Sie doch wenigstens mal auf. Nee, es geht nicht. Mein Mann ist nicht zu Hause. Na, na, was wollen Sie denn mal bloß egal mit Ihrem Mann? Wenn ich Ihnen nun die Miete schenke und noch ein paar Dahlacken dazu. Aber nein, was soll denn mein Mann dazu sagen? Machen Sie doch nicht so eine faulen Ticken mit Ihrem Mann. Lassen Sie mir doch erst mal rin. Das tun wir doch nicht normal, Frau Busse. Na, 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 na. Nur nicht gleich so zudringlich, Herr Klauge. Sie sehen Sie da aus wie aus dem Eichefeld. Na, nun kommen Sie mal ran an die Veranda, Frau Busse. Geben Sie mir mal ein kleines Ticken. Nee, nee, nee. Wenn das mal ein Mann hat, dann... Nee, nee, nee. Ach, um Gott, Sie schwöbeln, mein Mann. Verstecken Sie sich schnell unterm Tisch. Hier ist der Hut und das Tock. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wahr denn hier? Der Hauswirft. Na, na, was wollt er denn? Na, was wollt er? Die Miete wollt er. Was? Der Kerl ist wohl verrückt. So ein unverschämter Patron. Wo ist denn der Pinsel? Na, was, was, die Raushahrende, den Fehler? Raus hier, Herr Junge, den Fehler. Ja, Alter, der Söhne.